Wir beobachten uns, wie wir uns verändern. Und wir danken dir, Vater, dass dein Wort wirklich vorwärts geht hier in dieser Nation und auch weit darüber hinaus. Und Vater, wir danken dir jetzt für Offenbarungsströme in dem mächtigen Namen Jesus. Amen! Okay, ihr könnt euch setzen. You can elbow your neighbor, if you want to. Und notfalls deine Nachbarn ein bisschen auf die Seite schieben. I mean, what is this? Du wunderst dich und fragst sie vielleicht, wer ist denn das da neben mir? Oh, my goodness. Oh, hallelujah. Halleluja. You can open your Bible today. Ihr könnt heute eure Bibel aufschlagen und zwar im Römerbrief, Kapitel 10. Und ich sage euch was, als ich gestern Abend studiert habe, hatte ich eine Sache zusammengestellt und das war wirklich gut durchgekocht. Und dann, als ich heute Morgen aufwachte, hat der Herr gesagt, nein, heute Morgen gibt es eine andere Botschaft. Also, diese Botschaft ist offensichtlich noch besser gekocht gewesen, weil ich vor sehr langer Zeit gelernt habe, wenn du mit Salbung geben willst, was der Herr wirklich geben will, dann musst du auch ihm gehorchen bezüglich dem, was er dann parat hat. Also bin ich begeistert für das, was er heute Morgen für uns hier hat. Heute werden wir reden über die Kraft des Bekenntnisses. Eure Zunge ist richtig kraftvoll. Halleluja. Eure Zunge ist kraftvoll. Was du sagst, macht einen Unterschied. Und was du glaubst und aussprichst, legt deine Zukunft fest. Manchmal werden wir Leute des Wortes und des Glaubens dafür kritisiert. Nun, ihr seid die Bekenntnis und Empfängerleute. Ihr seid die Ja, ich versuche es ins Deutsche zu übertragen. Ihr seid die, die einfach irgendwas aussprechen und sich dann krallen. Ihr seid die glaubenden und empfangenden Leute. Und wenn diese Kritik auftaucht, dann frage ich mich selbst, Und ich weiß, dass es die Wahrheit ist, was ich habe, aber ich frage mich auf der anderen Seite, sind die Kritiker überhaupt von neuem geborene Leute? Und dann verstehe ich, sie sind es zwar, aber sie verstehen nicht, dass gemäß dem Wort dieselbe Art und Weise, wie man von neuem geboren wird, wirkt auch, um alle Verheißungen Gottes deinem Leben hervorzubringen, damit sie in Manifestation kommen. Das Prinzip ist, in deinem Herzen zu glauben und mit deinem Mund auszusprechen. Das ist ein Gesetz des Glaubens. Und genau so wirkt auch der Glaube. im 1. Mose 1, Vers 26, das Wort Gottes sagt, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, ihm ähnlich gemacht wurden. Wenn wir also wirklich so wie er geschaffen wurden, also ihm ähnlich in seinem Ebenbild gemacht wurden, würde das dann nicht gleichbedeutend sein, mit dem, dass wir auf die gleiche Weise funktionieren wie er. Wenn du so bist wie er, würde das nicht dann auch bedeuten, dass du die Dinge tust, so wie er die Dinge tut? Wenn du in seinem Ebenbild geschaffen bist, bedeutet das dann nicht auch, dass du so handelst, wie er handelt? Tatsächlich gibt es auch einen Vers im Epheserbrief, wo es heißt, dass wir Nachfolger im Sinne von Nachahmern Gottes sein sollen. Es steht im Deutschen wörtlich so drin, Nachahmer Gottes zu sein. Das bedeutet also, wir finden heraus, wie er die Dinge tut und tun es ihm dann nach. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Er sah im Inneren, versteht ihr? Er war Licht, er ist so voll von Licht, dass nicht ein Sonn im Himmel. Er ist selbst so Licht, dass es im Himmel keine Sonne gibt. Und was so erstaunlich ist, dass es im Himmel keine Schatten gibt. Ich kann mir das mit meinem Kopf nicht vorstellen. Das bedeutet, dass im Himmel wirklich Licht überall ist. Aber was hat er gemacht? Er sprach, Licht sei. Er sah es also, er sprach es aus und Licht war. Er hat die ganze Vegetation hier in Existenz gerufen. Er sah, dass es eine Beziehung zwischen Land und Wasser und er sprach. und er sah auch die Aufteilung von Wasser und Land und hat das durch Sprechen in Existenz gerufen. Er sprach die Planeten in Existenz, er sprach die Sterne in Existenz und wisst ihr was? Er hat auch dich, er hat euch in Existenz gerufen. Denn als er sagte, lasst uns, er sagte das, er sprach, er sagte, lass uns Menschen machen. Was ist denn ein Mensch? Er hatte bereits den Körper geformt, aber buchstäblich durch Sprechen hat er in dich hineingehaucht in unser Ebenbild. Also er sprach in unserem Ebenbild, also die Schaffung der Welt durch Worte, dass wir ihm ähnlich sind. Was passiert dann also in dem Moment, wo sein Wort in dich reinkommt? und es in dir lebendig wird. Desto mehr kommt genau von diesem Bild dann auch hervor. Desto mehr repräsentierst du ihn hier auf dieser Erde. Schaut euch also hier Römerbrief Kapitel 10 an und vielleicht bist du auch wegen diesem Vers von neuem geboren worden. Mein persönlicher Vers war Johannes 3,16 aber ich habe das Prinzip von hier Römer 10 angewendet, um was in Römer 3,16 drinsteckt in mein Leben aufzunehmen. Und schaut euch an, was es heißt. Vers 9 Vers 9 denn wenn du denn wenn du wer ist denn dieser du? Sag mal deinem Nachbarn das bist du. Das ist jeder. Gott wird das hier nicht für dich tun. Er hat seinen Teil für die gesamte Menschheit getan aber es gibt einen Teil den wir dabei ausfüllen müssen denn nichts ist automatisch er stellt bereit und du nimmst in Empfang denn wenn du und was heißt hier bekennst sag das mal zusammen bekennst du sagst etwas du sprichst denn wenn du mit deinem Mund bekennst mit deinem Mund der Herr Jesus den Herrn Jesus Halleluja und in deinem Herzen glaubst also du sprichst mit deinem Mund und glaubst in deinem Herzen also dein Herz ist hier dabei und dein Mund ist mit dabei dein innerer Mensch ist beteiligt und dein äußerer Mensch ist beteiligt was in dir ist spricht sich selbst nach außen durch du glaubst in deinem Herzen und was du dort in deinem Herzen glaubst sprichst du aus versteht ihr du bekennst mit deinem Mund den Herrn Jesus und glaubst in deinem Herzen dass Gott ihn auferweckt hat Jesus aus den Toten auferweckt und so wirst du gerettet wer wird errettet du wer ist denn dieser du sag mal deinem Nachbarn du bist du das bist du dieser du bist du nun preis dem Herrn ich bin errettet warum bin ich denn errettet weil es da eine Zeit gab wo jemand auf mich zukam und mir das Evangelium verkündigte und mir erzählte von dem was Jesus für mich getan hat und dann in meinem Herzen habe ich die Entscheidung getroffen dass das ist was ich glaube Glaube ist eine Entscheidung das ist was ich glaube ja aber ich habe Jesus doch noch nie gesehen ich habe Gott noch nicht gesehen hast du selbst schon mal dein Gehirn gesehen glaubst du dass du ein Gehirn hast vielleicht hat Dr. Elena schon ein Gehirn gesehen aber ich habe noch keins gesehen aber ich glaube dass ich eins habe weil jemand mir das gesagt hat ich habe es selbst noch nie gesehen ich kann auch nicht mal sagen dass ich es gefühlt habe ich weiß dass da irgendwas zumindest da ist mein Papa hat mir einmal gesagt dass da oben Felsbrocken sind er war einmal nicht so glücklich über etwas was ich auf der Farm gemacht hatte aber versteht ihr du entscheidest Information strömt auf dich ein und du triffst dann eine Entscheidung du glaubst und was du glaubst sprichst du aus was Gott geglaubt hat hat er ausgesprochen und als Gott sprach kam es Halleluja man bekennt mit seinem Mund und man ist errettet das Wort errettet kennen die meisten Leute nur im Zusammenhang mit der neuen Geburt das ist das Einzige woran sie denken wenn sie an diesen Vers denken versteht ihr dieser Vers bedeutet aber weit mehr als nur dass dir deine Sünden vergeben sind wusstet ihr dass ihr genau dasselbe Wort hier für Heilung finden könnt wusstet ihr dass dieses selbe griechische Wort hier dafür verwendet wird um anzuzeigen dass man völlig im ganzen wiederhergestellt ist das selbe Wort auch für Schutz verwendet wird für Befreiung Wusstet ihr dass das hier verwendete Wort das all inclusive Paket ist was das Errettungswerk das Erlösungswerk Jesu erkauft hat es hat dieselbe Definition wie das alttestamentliche Wort Shalom was dieses all inclusive Paket bedeutet Joe could you tell her to come in here I don't want anybody working in the lot while I'm teaching and preaching this is more important hallelujah if you're gonna come to church come to church amen amen this is more important this is more important this is more important right here this is the most important thing this is the most important thing that we can do today was we can do today this changes your life denn das verändert dein Leben amen sometimes people come with all kinds of problems and you tell them you need the word and you tell them you need the word and you tell them you need the word this is where the answer is denn da steckt die Antwort drin amen amen also errettet ist so so ihr könnt das in eure Bibel reinschreiben und lasst uns darüber nachdenken denn mit dem Herzen im Herzen mit dem Herzen da heißt es hier nochmals im Vers 9 denn wenn du mit deinem Mund bekennst Jesus als den Herrn und in deinem Herzen glaubst dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat so wird dir vergeben halleluja thou shalt be healed so wirst du geheilt halleluja thou shalt be protected so wirst du beschützt halleluja thou shalt be made righteous so wirst du gerecht halleluja thou shalt be provided for so wird volle Versorgung dir zuteil halleluja halleluja thou shalt have a move of God in your family so wirst du in deiner Familie eine Bewegung Gottes erleben thou shalt be full of joy so wirst du voller Freude full of peace voller Friede full of kindness voller Freundlichkeit voller Güte full of God voll von Gott that's what this is talking about das ist es was hier gemeint ist it's not just now I'm going to heaven es ist eben nicht nur jetzt gehe ich halt in den Himmel this is the all-inclusive package of grace sondern das ist das all-inclusive Paket der Gnade grace is what Jesus Christ paid for denn Gnade ist all das wofür Jesus gewirkt hat, bezahlt hat wofür er gearbeitet hat that you can freely enjoy through faith das kannst du alles in freien Stücken genießen durch Glauben faith is the transporter is the transporter that brings all the blessing of God out of the realm of blessing into the realm of reality der alle Segnungen aus dem Bereich des Segens Gottes hineinbringt in den Bereich der realen Erfahrung wie viele von euch erinnern sich an den Tag wo jemand dir das Evangelium ausgeteilt hat und du hast es geglaubt und du hast gebetet und es bekannt und von diesem Moment an bist du von neuem geboren genau dieses selbe Prinzip wirkt in allen anderen Dingen auch du glaubst es in deinem Herzen du bekennst es mit deinem Wund und du bist errettet du bist geheilt du bist befreit du hast volle Versorgung du bist voller Liebe und die manifestiert sich du glaubst und du sprichst geht in Markus Kapitel 11 und lasst mich eine Schriftstelle zitieren aus Sprüche Kapitel 6 ihr könnt das euch aufschreiben Sprüche Kapitel 6 und Vers 2 bist du durch ein mündliches Versprechen gebunden du bist gebunden du kannst deshalb auch durch falsche Worte in eine Falle geraten manchmal wundern sich Leute warum sie nicht vorwärts kommen weil sie ein Bein in einer Falle haben und diese Falle wo das Bein festhängt sind falsche Worte die sie über ihr Leben ausgesprochen haben gefangen durch die Worte deines Mundes Markus Kapitel 11 Vers 23 und ich möchte dass ihr hier bemerkt wie oft das Wort sagen oder sprechen verwendet wird denn wahrlich und wahrlich bedeutet wirklich wahrhaftig das ist die Wahrheit so funktioniert es denn wahrlich ich sage euch wenn jemand wer ist denn dieser jemand sag mal deinem Nachbarn das bist du und dann nimm deinen Finger und deute zurück auf dich selbst und sag das bin ich und wir wissen dass auch dieser jemand gemäß den Versen die vorausgehend waren diejenigen sind die Gottesart von Glauben haben eine der Früchte die du gemäß deiner neuen Geburt empfangen hast ist dieser Glaube der das Wort glaubt erinnert euch daran ihr seid in Gottes Ebenbild geschaffen worden ihm ähnlich gemacht und Gott hat tatsächlich seinen eigenen Glauben euch gegeben dass auch ihr seine Werke tun könnt Jesus sagt eure Bibelübersetzung hat an dieser Stelle höchstwahrscheinlich die Übersetzung dass man Glauben an Gott hat in den vorausgehenden Versen wo die Jünger Jesu ihn ansprechen bezüglich dieses Feigenbaums das griechische Original ist in der Bedeutung geschrieben dass man Gottesart von Glauben hat und viele deutsche Bibeln haben das in der Fußnote erwähnt denn wahrlich ich sage euch wenn jemand spricht also Jesus sagte dass wir sprechen sollen zu diesem Berg und er redet hier nicht nur einfach über den Berg denn am Ende des Verses redet er über Dinge Jesus hat zu einem Baum gesprochen ein Baum ist was anderes als ein Berg heb dich weg und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt hört sich das nicht exakt so an wie Römer 10, 9 und 10 das ist das selbe Prinzip das dahinter steckt so wirkt Gottes Wort Gott und sein Glaube und in seinem Herzen nicht zweifelt sondern glaubt dass dies diese Dinge dass das also diese Dinge sag mal deinem Nachbarn dass Dinge Dinge Paulus sagte auch was soll ich denn zu diesen Dingen sagen was soll ich zu all dem sagen er sprach über diese Dinge die gegen ihn kamen um ihn zu stoppen also über all diese Stacheln was soll ich zu diesen Dingen sagen wenn Gott für mich ist wer soll dann gegen mich sein du musst diesen Dingen sagen Gott ist für mich und weil Gott für mich ist kann nichts von dem Zeug mich zerstören oh somebody say something sag mal jemand was hier Amen Amen but shall believe that those things which he say shall come to pass sondern glaubt dass das also diese Dinge was er sagt geschieht he shall so wird so wird not maybe also nicht vielleicht not well you know God answers prayer three ways nun Gott beantwortet Gebete auf dreierlei Weise no maybe vielleicht wait a while und warte mal ein bisschen habt ihr das jemals schon gehört well he'll answer it if it's his will nun er wird es beantworten wenn es denn sein Wille sein sollte nein du musst vorher dir im Klaren sein was sein Wille ist bevor du überhaupt betest denn sein Wort und sein Wille ist exakt dasselbe deshalb heißt es ja auch Testament Testament ist eine Willenserklärung du gehst also genau dorthin wo diese Willenserklärung für dich ist und erkennst was für dich ist und du sagst deshalb wegen diesem Testament gehört es mir und ich habe es jetzt und du sprichst es das gehört mir oder das ist wer ich bin wenn du also das Wort nicht kennst wirst du auch den Willen nicht kennen weil das Wort der Wille ist das Wort ist das wichtigste bedeutendste was du als Christ in deinem Leben haben kannst weil das das Testament Buch ist denk mal drüber nach du hast einen wirklich steinreichen Verwandten und er ist gestorben und dann klingelt es an deinem Telefon Rudolf Rudolf ich habe Nachrichten für dich und das ist nicht nur deshalb weil es dein Geburtstag ist aber du hast einen wirklich echt reichen Verwandten und du magst das vielleicht nicht mal wissen aber er hat deinen Namen in seine Willenserklärung eingeschrieben und er sagt ich will dass Rudolf all das hat was würdest du dann tun ich sag dir du wirst runterrennen zu diesem Büro und du würdest ihm sagen gib mir all die Seiten dieser Willenserklärung und du würdest dann im Büro zu diesem Anwalt sagen kannst du mir bitte all diese Zeilen erklären und dann würden dir alle Sachen aufgelistet werden die dir gehören und dann wirst du danach schauen wie du all das auch kriegst und dennoch sind Christen so dass sie kein Verständnis haben dass das genau dieses Wort ist und du hast wirklich einen richtig steinreichen Verwandten der gestorben ist und der hat dir alles überlassen also willst du doch hier reingehen wirklich eintauchen herausfinden was dir tatsächlich gehört wenn du die Willenserklärung für dich nicht kennst wirst du es auch nie genießen versteht ihr das es passiert halt normal nicht einfach so sondern du findest heraus was dir gehört und du glaubst es auch oh das ist was das Wort sagt und das gehört mir und du sagst es und wenn du es sagst manifestiert sich und du handelst auch dementsprechend halleluja halleluja das genau gleiche Prinzip das du anwendest um die neue Geburt zu empfangen geht in den Hebräerbrief Kapitel 4 Vers 14 Kapitel 11 wisst ihr wir haben darüber letzten Abend gesprochen dass in der Apostelschichte Kapitel 11 den Niedergang der Gemeinde in Jerusalem haben wenn die Leute über die Apostelschichte nachdenken dann denken sie immer an die Gemeinde in Jerusalem 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 war die Gemeinde und das Zentrum aber die Gemeinde dort ist nicht auf dem wahren Weg geblieben und sie sind sogar zurückverfallen dahin dass sie die Männer beschneiden haben lassen sie sind zurückgefallen in alttestamentliche Praktiken die sie dachten erfüllen zu müssen worüber Jesus doch gesagt hatte das ist vollbracht und sie haben ihren eigentlichen Auftrag vergessen dass sie hingehen sollten in die ganze Welt und ihr das Evangelium zu verkündigen sie waren fokussiert nur auf die Juden und deshalb bekam Petrus auch diese Vision und dann nachdem Petrus diese Vision empfangen hatte und gesagt bekommen hatte dass er hingehen sollte zu Cornelius der ein Römer war um ihm das Evangelium zu bringen und dort sein ganzes Haus die Errettung angenommen hat und die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat dieses ganze Haus was voller Militärs Leute war also wirklich Kämpfertypen und Petrus kam zurück nach Jerusalem und hat davon berichtet da waren sie dort am Anfang nicht begeistert darüber aber dann als er das Zeugnis gab sind sie auf einmal begeistert geworden aber versteht folgendes als Petrus das Zeugnis gab hat er nicht nur das Zeugnis an sich gegeben sondern hat es auch im Wort weitergegeben denn in all dem was geschah hat sich Petrus an das Wort erinnert aber die Sache ist nach dem Zeugnis hat es nur für eine Weile noch angehalten denn später sind all die anderen wieder in Gesetzlichkeit verfallen warum weil man sein Leben nicht auf Zeugnisse aufbauen kann versteht ihr das denn es ist das Wort das die Zeugnisse produziert deshalb überwinden wir auch durch das Blut des Lammes und von was redet das das Blut redet vom Testament vom Bund das ist dein Bund Halleluja Jesus wurde vergossen so dass du im Bund stehen kannst dass dieses Erbe auch zu dir kommen kann mach mal jemand was hier also weil ich im Bund stehe dann gehe ich ins Testament rein in das Wort und ich überwinde durch das Blut des Lammes und das Wort meiner Zeugnisse ich finde das Wort im Testament und ich wende dieses Wort an und es manifestiert sich ich weiß nicht wie es um euch steht aber ich bin bereit durch die Decke zu jagen a pre a pre rapture halleluja eine eine vorzeitige Entrückung also kritisiert mich nicht dafür dass ich Dinge halt ausrufe und und mir greife einfach die Übersetzung interessant hier ok schaut euch Vers 14 an da wir nun einen großen hohen Priester haben der die Himmel durchschritten hat Jesus also ich sehe es du musst es sehen was siehst du denn oder wo siehst du es in dir in deinem inneren wie kannst du es sehen das kommt durch Meditation du nimmst das Wort Gottes auf und du schaufelst es immer und immer und immer wieder in dich rein und dadurch siehst du die esoteriker haben nicht die Meditation erfunden denn für alles was Gott hat hat der Teufel seine perverse Verdrehung und wir glauben definitiv nicht an Yoga denn das ist total dämonisch wenn du dort sitzt und eine ganze Menge von Hums zum Besten gibst und deine Gedanken allmöglichen öffnest jede östliche Religion ist gekommen durch Meditation wo sich Leute dämonischen Geistern geöffnet haben und du musst deinen Kindern das klar machen dass sie auch nicht reinfallen auf diesen Müll der ihnen vielleicht in der Schule so gesagt wird bezüglich dieser Themen und meine Frau hat eine lustige Geschichte sie und ihre Schwester waren in einer Yoga Klasse oder in einem Yoga Unterricht und das war in Jahren BC also in ihrer Zeit noch vor Christus in ihrem Leben als sie dort saß mit über kreuzten Beinen ganz ruhig da redete die Lehrerin oder der Lehrer und jetzt wollen wir dass ihr nachdenkt über Vögel Vögel und sie öffnete ihre Augen und da war dieser große alte Mann der vor ihr saß und er hatte ein T-Shirt an was voller Vögel war meine Güte wenn ihr hört wie sie diese Geschichte erzählt ist echt lustig aber wenn ihr wirklich meditieren wollt dann meditiert bitte schön das Wort Gottes sondern öffnet nicht einfach irgendwie eure Gedanken für alles mögliche sondern da muss wirklich ein gezielter Zweck dahinter stecken und wenn ich studiere nehme ich die Schriftstellen und gehe sie immer und immer wieder durch und ich meine hier nicht einfach nur bloß auswendig lernen was an sich auch gut ist sondern es ist gut wenn es zur echten Offenbarung wird und das ist der Punkt wo du es auch sie dass es in dir wirklich Realität ist so wie für Gott die ganze Schöpfung in seinem inneren Realität war und er es aussprach und sich im Äußeren die Realität dann zeigte versteht ihr das also hier heißt es nochmal da wir nun einen großen Hohen Priester haben der die Himmel durch Schritten hat Jesus den Sohn Gottes und schaut euch das jetzt an so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis also im Griechischen heißt es hier Bekenntnis so steht es im Deutschen auch im Englischen heißt es Profession Berufung Aufgabe das bedeutet Sprechen Bekenntnis ist im Deutschen ja super hey also hier ist die deutsche Bibelübersetzung akkurat es gibt viele Stellen wo die Schlachter Bibelübersetzung wirklich sehr sehr treffend ist also so siehst du was Jesus für dich getan hat der hohe Priester der für dich in den Himmel aufstieg und sich zur rechten Gottes setzte und er repräsentiert dort dich vor dem Vater denn er hatte den Preis bezahlt für deinen Segen Halleluja und dann machst du alles wofür er bezahlt hat zu deinem Bekenntnis Halleluja ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus ich fühle mich aber gar nicht gerecht ich fühle mich immer noch wie ein Sünder ich habe gestern was gemacht du bist gerecht du identifizierst dich mit dem wer du gemacht geworden bist als Gerechter und deine Sündertage sind vorbei versteht ich habe nicht damit gesagt dass du gestern nicht was Dummes gemacht hast vielleicht war das ja so du kannst dann aber genau jetzt dann sagen es tut mir leid das bedeutet aber nicht dass du dadurch deine Gerechtigkeit verloren hast denn du willst dich nicht mit dem identifizieren was du getan hast denn das waren Aktionen aus deinem stinkenden Fleisch und dein neuer Geist kann das alles in Ordnung bringen also sagst du es tut mir leid aber identifiziere dich nicht damit dass du ein Sünder seist denn du bist gerecht Halleluja und genau so verändert sich dann auch dein Leben seht ihr das ist der Grund dafür dass so viele Christen nicht im Sieg wandeln weil sie immer Niederlage ausrufen und ich sag euch was du musst da draußen echt aufpassen ganz besonders jetzt in dieser Zeit der Krise selbst mein Nachbar gestern und es sind Leute die noch nicht errettet sind aber sie haben ja gesagt wir haben die Nachrichten abgeschaltet und wir hören auf mit einigen Leuten uns zu unterhalten weil sie sagten dass jeder um sie rum nur noch über die Probleme die Krise und all das Zeug reden da ist eine Krise aber ich identifiziere mich nicht damit denn ich lebe nach einem anderen Standard und wie schaut es mit dir aus und wisst ihr was wir haben ein Zeugnis think about it in over a year not one person in this church has experienced any of that none of us and we're not going to I say that and I say it from here I believe that no plague comes near our dwelling Keine Plage nährt sich uns am Wohnort and God brings us forth with silver and gold and there is not one sick person among our tribe God God us her bring with silver and gold and under our st is not krank Halleluja! Und wir stehen auch weiter für jede Person, die Teil davon hier ist. Wir stehen mit jedem Einzelnen, wo sich Heilung vielleicht noch nicht manifestiert hat. Wir stehen weiterhin im Glauben dafür ein und sprechen das Bekenntnis, bis Manifestation da ist. Was auch meine Frau beinhaltet. Eure Pastorin, das ist es, was wir glauben. Ah, somebody say something. You know, back in 1979, damals im Jahr 1979, ich erinnere mich heute noch daran, wo Dodi Osteen mit der Nachricht kam, unheilbar krank an Krebs. Und zu dieser Zeit war ich unten in Houston, Texas, und ich werde es nie vergessen, Pastor John, also seine Gemeinde ist heutzutage die größte Gemeinde in den USA und sein Sohn, Joel, ist der Pastor. Aber sein Papa damals, John, der Pastor, ich werde es nie vergessen, wie er auf der Bühne stand und sagte, wir glauben nicht, den Ärzte berichten. Denn versteht ihr, Ärzte geben Information. Und das ist, vom natürlichen Standpunkt aus betrachtet, das ist ihre Information. Das ist die Weltinformation. Das ist die Weltinformation. Das ist die Tatsache gemäß der Welt. Und wir sagen damit nicht, dass sie nicht voll vergräbst war in ihrem Körper, denn das war sie. Und selbst der eigener Sohn ist ein Arzt. Und der Arzt sagte, du hast nur noch sechs Wochen übrig zu leben. Das ist, was der Arztbericht war. Und von Ärztenstandard aus gesehen, ist sie nach Hause gegangen, um dort zu sterben. Oder lasst es mich so ausdrücken, gemäß medizinischer Diagnose war das, was einfach bevorstand. Aber wisst ihr, was sie tat? Sie ging zurück ins Testament. Und sie sagte, ich bin eine Tochter Gottes. Und sie hat Gottes Wort überall verteilt in ihrem ganzen Haus. Überall hat sie Schriftstellen hingehängt. Heilungsschriftstellen. Und sie hat sogar Fotos weggehängt. Warum denn? Sicht. Um zu sehen. Geheilt zu sein. Und wisst ihr was? Sie ist heute noch am Leben. Sie hat die Manifestation erhalten. Und wir haben ein Buch von ihr darüber, es heißt Geheilt von Krebs. Aber ich war dort in dieser Gemeinde, als sie noch krank war. Aber sie wusste auch ganz klar, sie musste wirklich stehen. Und sie standen mit ihr. Und wir haben zusammen mit ihr bekannt und das Bekenntnis ausgesprochen. Dodi ist geheilt. Dodi ist geheilt. Heutzutage ist sie in, ja, vielleicht so späten 80er Jahre, Anfang 90er Jahre. Sie ist diejenige, die Terry und René zusammen verhielt. Sie ist diejenige, die Terry und René zusammen verheiratet hat. Und Terry hat mir erzählt, that a couple years ago, he said, you know what Dodi's doing right now? Und das war vor ein paar Jahren. Und er sagte, weißt du, was Dodi gerade macht? Am Donnerstag hat sie einen Heilungstag. Und sie hat ihr Büro. Und nach meinem Verständnis ist die Lage so, dass da Autos vorbeifahren können. Und sie fahren im Auto vorbei. Und sie geht dann raus und legt den Leuten die Hände auf und betet für die Leute. Halleluja! So kraftvoll, oder? Drive-by-Healing. Halleluja! Oder drive-through-Healing. Ein Drive-by-Healing, also Heilungsdienst. Drive-through-Healing. Drive-through-Heilungsdienst. Aber es heißt hier, halt fest an dem Bekenntnis. Also das meint, dass du auch wirklich festhalten kannst. Und es wird dir zur Realität werden. Halte fest. Wir halten fest. Halleluja! Und seht ihr, wenn wir all das negative Zeug reden, wisst ihr, was wir damit eigentlich sagen? Unterbewusst vielleicht, dass Gott ein Versager ist. Dass sein Wort nicht funktioniert. Unbewusst machen wir das, aber wir wollen das nicht in uns reinlassen. Manchmal muss man halt deshalb beten, Herr, schenk mir Weisheit. Weil wir manchmal Veränderungen vornehmen müssen. Damit diese Manifestation auch kommt. Und wenn sie noch nicht gekommen ist, kannst du den Herrn auch fragen, Herr, gibst du irgendwas, was sich hier verändern muss? Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo Bruder Copeland davon geredet hat, dass er immer diese Kopfschmerzen hatte, andauern Kopfschmerzen. Und warum ist das noch nicht längst weg? Und dann hat er erkannt, es war der übermäßige Kaffeekonsum, den er täglich hatte. Und er sagte, ich habe täglich nicht nur ein oder zwei Tassen getrunken, sondern wirklich kannenweise Kaffee in mich hineingeschüttet. Und er hat das unterlassen, und das hat er einfach unterlassen, und damit waren die Kopfschmerzen weg. Und da war noch ein anderer Pastor, der hat erkannt, dass irgendwelche Krankheit ständig da war. Und der Herr hat ihm dann gesagt, sag deiner ganzen Gemeinde, dass sie mehr Wasser trinken sollen. Sie sollen einfach mehr Wasser trinken. Manchmal sind es halt einfach ganz praktische Dinge. Versteht ihr? Gesunder Menschenverstand. Man muss Wasser trinken. Denn dein Körper muss diese Dinge auch ausspülen, die nicht reingehören. Stimmt doch, Doktorin. Gott sei Dank gibt es Ärzte. Gott sei Dank kann man auch gesund essen. Halleluja. Aber Jesus hat ja gesagt in Matthäus 16, 18, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen werden. Die Gemeinden sollten in mehr Sieg unterwegs sein, als sonst irgendjemand. Aber wenn die Gemeinde nichts anderes tut, um zuherzugehen und Niederlage auszusprechen, all die Probleme und hier der Teufel, da der Teufel, überall der Teufel, oh der Teufel. Wenn die Gemeinde mehr über den Teufel nachdenkt, als über Gott, dann fragen wir uns noch, warum die Lage so ist, wie sie ist. Deshalb hat es Paulus ja auch geschrieben, um uns das Bild vor Augen zu führen, dass der Teufel besiegt ist, unter unseren Füßen. Was sprichst du also andauernd vom Teufel? Er ist besiegt unter deinen Füßen. Ich kenne einen Diener Gottes, der einen Klebeband genommen hat, Teufel draufgeschrieben hat und er pappte es sich unter die Schuhsohlen. Wirklich, um ihm eine praktische, physische Hilfe zu geben, um ihn daran zu erinnern, dass der Teufel unter seinen Füßen ist, weil er besiegt ist. Jesus sagte immer, wer er war. Denkt mal drüber nach. Was hat er denn gesagt? Ich bin gekommen, vom Vater her. Er sagte das. Hallo, ihr seid von neuem geboren worden, vom Vater her. Und es ist deshalb auch gut, nicht nur einfach Gott zu sagen, sondern ihn Vater zu nennen. Das hilft dir, um dieses Bild wirklich zu kriegen, dass er nicht nur Gott ist, sondern dass er wirklich Vater ist, persönlich. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter. Ich bin ein Sohn. Ich bin ein Sohn. Oder eine Tochter. Also, ich bin ein Sohn, du vielleicht eine Tochter, ihr wisst schon, wer ihr seid. Jesus sagte, ich verlasse die Welt und gehe hin zum Vater. Er sagte das in Johannes 16, Vers 28. Und er sagt in Johannes 14, Vers 9, denkt mal drüber nach. Denkt mal über Folgendes nach. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wow. Wow. Wenn du sagst, du bist ein Christ, Christ, wisst ihr, was das bedeutet? Dass du wie er bist. Und du hast auch die Salbe dazu, das zu tun, was er tut. Du weißt, wer du bist in ihm. Und du weißt auch, wer er ist in dir. Wir sagen, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ. Das muss etwas bedeuten. Wisst ihr, wir sollten es einfach nicht nur dahin plappern, ich bin Christ, ich bin Christ, wir sind Christen, sondern das sollte auch echt was bedeuten. Unser Denken sollte bei all dem sein, ich bin wie er, ich bin wie er, wir sind wie er. in Johannes 12, in Vers 45 und 46, ihr könnt diese Verse euch notieren, denn ich werde euch viele geben. das sagte Jesus, wer mich gesehen hat, hat den gesehen, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, dass wer auch immer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleiben muss. Das hat er über sich selbst gesagt, glaub du an mich und du wirst nicht in deiner Finsternis bleiben. wenn du an Jesus glaubst, ist das Licht angegangen. Du siehst Dinge jetzt auf einmal anders. du gehst durch die Welt und du kriegst auf einmal eine ganze Menge Aha-Effekte und du weißt auf einmal Bescheid. Ich habe gestern das Evangelium einem Nachbarn mitgeteilt. Er hat geredet über all das Zeugsgrad, die Globalisten und alles Mögliche. Und ich sagte ihm, weißt du, dass das alles schon so in der Bibel steht? Was, echt? Steht das drin? Natürlich! Und das war eine großartige Tür. Halleluja! Wir wissen Bescheid, was hier los ist. Wir sind nicht verführt durch dieses dumme Zeug hier. Halleluja! Meine Güte! 1. Johannes Kapitel 3 Schaut euch das an. Schaut euch das an. Seht, welch eine Liebe Gott der Vater für uns hat. dass wir was? Dass wir genannt werden. Genannt. Spoken. Also, ausgesprochen. Du bist ein ausgesprochener Sohn Gottes. Sag also mal, Hallo, Sohn. Damit hast du einfach das über dich gesagt, was Gott schon gesagt hat. Du hast über deinen Nachbarn exakt das ausgesprochen, was Gott über ihn ausgesprochen hat. Ja, aber ich bin ja eine Tochter. Ja, aber du hast den Geist des Sohnes in dir. Also haben wir Sohn, Söhne und Tochter, Söhne. Das ist doch echt cool, oder? Ja, aber ich bin eine Frau. Aber wisst ihr was? Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir alle zur Braut. Also, diese Thematik ist in beide Richtungen. Versteht ihr? Geliebte Söhne Gottes sind wir jetzt und nicht erst, wenn wir in den Himmel kommen, sondern jetzt sind wir geliebte Söhne Gottes. Römer 8,14 Diejenigen, die durch den Geist Gottes geleitet sind, sind die Söhne Gottes. Vers 16 Der Heilige Geist gibt zusammen mit unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Söhne Gottes sind. Und Vers 17 Halleluja! Schaut euch das an! Und wenn wir Kinder sind, dann sind wir damit auch Erben. Erben das Testament Erben Gottes Erben Gottes. Erben Gottes. Nehm mal diese Woche her und meditier genau da drüber. Ich bin ein Erbe Gottes. Erbe Gottes. Oh, ich bin ein Erbe Gottes. Was hat er denn? Das gehört mir. Das gehört mir. Wisst ihr was? Das würde ja auch ein Auto beinhalten. Denn er hat ja das gesamte Metall dafür in den Boden gelegt, dass du es haben kannst. Das beinhaltet auch das Gold. Er war es ja, der das Gold für dich da reingelegt hat. Einen guten Reifen. Ein Haus. Was auch immer. Er hat all die Ressourcen hier für uns hinterlegt. Er hat kein Problem mit Krankheit. Weil Jesus für deine Heilung bezahlt hat. Liebe. Du bist ein Liebender. Du bist einer, der vergibt. Und du bist auch ein Geber. All das ist seine Natur. Halleluja. Er hat Engel. Sie sind Teil deines Erbes. Denn sie sind dazu bestimmt, denjenigen, die nach der Vorhersehung Erben sind, dass sie an diesen Leuten dienen. also sie sind dort draußen unterwegs und arbeiten an dem, was du gemäß dem Wort aussprichst. Du möchtest ja nicht schuld daran sein, dass deine Engel einfach rumstehen tatenlos. Also wenn du nichts sagst, stehen sie einfach untätig rum. Haltet sie doch geschäftig. das ist Teil deines Erbes. Wow. So we need to find out what the word of God has to say about us and say it. Als wir müssen herausfinden, was Gottes Wort über uns sagt und das dann auch aussprechen. Und das ist ein weiterer Grund, warum es so wichtig ist, dass du diese Briefe hier in dich reinkriegst. Denn in den Briefen sind wenigstens 140 Querverweise, die diesen Ausdruck verwenden in ihm in Christus durch ihn oder durch den oder durch ihn ich vermag alles durch Christus ich bin mit Christus gekreuzigt worden ich vermag alles durch Christus der mich stärkt. Versteht ihr das? Lasst uns einiges davon mal anschauen. In Psalms 1, 1-3 the Bible talks about meditation. You can write that down. Und in Psalms 1, Verse 1-3 da steht von der Meditation des Wortes geschrieben, also notiert euch das, das ist wichtig, dort ist die Anleitung wirklich zur echten Meditation des Wortes Gottes. Und Paulus hat das auch geschrieben im Timotheusbrief. Kriegt ihr heute was? Kriegt ihr heute was? Acts 17, 28 think about this. Acts 17, 28 let's look at this. Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 28 lasst uns das mal anschauen. lasst uns das anschauen, das ist ein so starker Vers. Und was ich tun werde, ich habe all diese Schriftstellen Querverweise und ich werde sie hochladen in der Telegram-Gruppe. Ich werde einfach nur die Schriftstellen, also nicht ausgeschrieben geben, sondern die Angaben der Schriftstellen. Wenn jemand sich die Zeit nehmen möchte, all das wirklich zusammenzustellen, also richtig zusammenzuschreiben, können wir es auch auf diese Weise echt mal in Angriff nehmen. Wo ihr all diese Verse dann so vor Augen bekommt, ihr sie lesen könnt, drüber meditieren könnt und sie aussprechen könnt. Aber ich möchte euch jetzt ein paar ausgewählte Beispiele geben. Apostelgeschichte Kapitel 17 Wir befinden uns ja im Gemeindezeitalter und schaut euch das an, was hier im Vers 28 geschrieben steht. Denn in ihm in ihm leben wir in ihm lebendig in ihm bewegen wir uns also in ihm er hat was zu tun ich bin in ihm lebendig ich tue etwas in ihm und ich habe auch meine ganze Existenz also ich bin hier um sein Zeuge zu sein auf Erden wenn die Menschen mich anschauen müssen sie durch mich Jesus erkennen also lass uns das sagen in ihm in ihm lebe ich bewege ich mich und hab mein ganzes Sein lass es uns nochmal sagen in ihm lebe ich bewege ich mich ich habe was zu tun er will was tun er will sich durch mich bewegen ihr könnt das immer weiter so machen ihr empfangt darüber Offenbarung so wie ihr es aussprecht und ich habe meine Existenz ich bin hier um vor der Welt Jesus zu reflektieren du sprichst es aus geht mal in Johannes 15 Vers 5 der erste Teil ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben denk mal drüber nach einfach mal nur über das nachzumeditieren Jesus ist deine Quelle Halleluja und ihr seid die Reben also er ist meine Quelle und ich bin seine Rebe und seine Frucht kommt auf die Erde durch die Reben versteht ihr also sagt das mal er ist der Weinstock und ich bin die Rebe wir sind die Reben wir sind viele Reben und seine Frucht kommt durch mich auf die Erde ist das nicht kraftvoll seht ihr er ist der Weinstock der sich im Himmel befindet und wir sind hier auf Erden die Reben die mit ihm verbunden sind und seine Frucht kommt so durch uns auf der Erde hervor ok lasst uns folgendes anschauen das ist Teil der Briefe wo das Geheimnis beinhaltet ist 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 17 2. Korintherbrief ja therefore if any man be in Christ darum darum ist jemand in Christus I'm in Christ ich bin in Christus was bedeutet es denn in Christus zu sein du bist in ihm an diesem Kreuz gestorben du warst dort in ihm drin das ist so kraftvoll und du warst auch in ihm bei seiner Auferstehung wow ich sag's euch meditiert mal darüber nach keine höllische Kraft konnte ihm davon abhalten aus den Toten wieder aufzuerstehen also was ist dann dein Problem nichts konnte dich zurückhalten er ist eine neue Schöpfung du bist du bist wirklich ganz neu totally unique du bist anders du musst wirklich so mit diesem Denken durch die Welt gehen ich bin einfach wirklich anders ich bin ganz anders der alte Mensch ist tot ich bin eine neue Schöpfung Halleluja Halleluja Altes ist vergangen und alles ist neu geworden also lasst uns das sagen ich bin eine neue Schöpfung in Christus mein alter Mensch ist tot all das alte Zeugs ist verschwunden und ich bin ganz neu ich bin eine ganz neue Schöpfung mit einer neuen Art zu leben Halleluja 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 Geht mal in den Epheserbrief Kapitel 2 ein weiterer Brief den Paulus geschrieben hat das ist auch gut hier ein guter Epheser 2 Vers 10 denn wir sind seine Schöpfung wir sind seine Schöpfung ich bin Gottes Schöpfung sein Werk sein Gebilde sein Gemachtes die Schlachter die Schlachterbibel übersetzt seine Schöpfung ich bin seine Schöpfung im Englischen heißt sein Gebilde sein Werk oder das Gemachte wie es in der Fußnote heißt er arbeitet an mir er hat an mir gearbeitet er arbeitet an mir ich bin seine Schöpfung was nennst du dich selbst wo du dich selbst niedermachst du bist doch seine Schöpfung Amen und er ist dran an dir er arbeitet an dir er wird all diesen Dreck aus deinem Leben raustreiben dieser Körper kommt endlich mal auf den richtigen Weg gemäß dem wer ich bin denn siehst du wenn du wirklich erkennst wer du tatsächlich bist muss all das Üble dich verlassen es ist eben nicht so dass wir Dinge nicht erkennen wo wir im äußeren Bereiche haben die Veränderung wirklich dringend nötig haben aber um das auch wirklich zu bewerkstelligen müssen wir uns identifizieren mit dem wir im Inneren schon geworden sind also lasst uns das sagen ich bin seine Schöpfung ich bin seine neue Schöpfung und er ist am wirken an mir dass auch der äußere Mensch das zeigen kann was im Inneren ist geht runter Vers 21 denn er wurde zur Sünde gemacht dass wir in ihm zur Gottesgerechtigkeit würden du bist gerecht weil du in ihm bist du warst in ihm am Kreuz und du warst auch in ihm bei der Auferstehung also sag das ich bin gerecht weil ich in ihm bin keine Sünde kann in ihm sein 2. Korintherbrief war das was er zitiert hat wir waren noch im Epheser ja eigentlich könnt ihr das sehen geht zum 1. Korintherbrief Kapitel 1 Vers 30 wir springen richtig rum oder ich versuche euch so viel wie nur irgendwie geht zu geben aber ich möchte dass ihr das auch wirklich kriegt dass ihr es echt seht Vers 30 durch ihn aber seid ihr sagt das mal das bin ich sag mal deinem Nachbarn das bist du in Christus Jesus da ist es wieder eure Identifizierung damit wer ihr in ihm seid der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit also sagt das ich bin weise wenn der Teufel zu dir kommt und dir persönlich einredet dass du dumm bist und all diesen möglichen Zeug dann sag du ich bin weise gemacht ich hab den Sinn Christi empfangen halleluja er ist meine Weisheit füll dich du mit seinem Wort und du wirst mehr und mehr davon auch haben Gerechtigkeit und da ist es auch wieder er ist meine Gerechtigkeit und Heiligung er ist meine Heiligung er hat mich ausgesondert und er ist auch meine Erlösung er hat für alles bezahlt dass du gesegnet sein kannst geht in Römerbrief Kapitel 5 Vers 17 und da ist auch ein richtig kraftvoller denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam und das hatte zu tun mit dem Fall Adams durch den einen wie viel mehr sagt das mal viel mehr Römerbrief Kapitel 5 Vers 17 viel mehr also konzentrier dich auf dieses viel mehr und nicht mehr auf all das üble Zeug nicht was Adam in die Welt brachte sondern das was Jesus in die Welt brachte Halleluja Halleluja Much more wie viel mehr they which receive abundance of grace that's your salvation package werden die werden die den Überfluss der Gnade empfangen haben also hier ist das Errettungspaket genau hier ist dieses gesamte Sozo und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen shall reign shall reign in life by one Jesus Christ im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus und die Amplified says shall reign in this life as a king und die Amplified Bibelübersetzung sagt es sie werden herrschen als Könige in diesem Leben also bekennt das I have received the abundance of grace I have the salvation package ich habe den Überfluss der Gnade empfangen ich habe das gesamte Errettungspaket I have the gift of righteousness ich habe die Gabe der Gerechtigkeit ich bin gerecht und ich herrsche in diesem Leben als ein König ich herrsche in diesem Leben als ein König durch den einen Jesus Christus geht mal in den Kolosser Brief Kapitel 1 Verse 13 und 14 Halleluja Kolosser Brief Kapitel 1 Verse 13 und 14 Er hat uns errettet aus der Kraft oder der Herrschaft der Finsternis der uns befreit hat aus der Herrschaft auf der Finsternis Ich mach mich bereit für Afrika und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe in dem wir Erlösung haben da ist es wieder in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut die Vergebung der Sünden springt rein in Epheser Brief Kapitel 1 Vers 7 Galatians Epheser und der Kolosser wisst ihr wie ich mich an all das erinnere seid ihr bereit Girls eat popcorn Girls eat popcorn also Mädels essen Popcorn Funktioniert im Deutschen nicht im Englischen ist es ganz okay Galatians Ephesians Philippians Galatians Galatians Vers 7 und hier ist es wieder in ihm haben wir die Erlösung in ihm in ihm Ihr müsst in ihm sein um diese Erlösung wirklich zu haben muss man in ihm sein und ich bin in ihm durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade geht mal in 1. Petrus Brief Kapitel 1 Vers 24 1. Petrus Kapitel 2 Vers 24 Seid ihr bereit hier geht's los Whose own self bear our sins on his own body Vers 24 Vers 24 der unsere Sünden der unsere Sünden an seinem Leib hinaufdruck ans Kreuz that we being dead to sin should live under righteousness dass wir den Sünden gestorben jetzt der Gerechtigkeit leben und hier kommt's by whose durch den there it is again durch dessen und hier kommt's wieder by whose his stripes durch seine strieben I'm healed durch seine strieben bin ich geheilt also sagt das by his stripes I'm healed durch seine strieben bin ich geheilt by his strieben hallelujah Romans 8 2 how many of you heard the testimony of John G. Lake when he was in Africa when the Ebola plague was breaking out and he never got sick he went into that area and he prayed for people and they were getting healed and there was a doctor or there were people that came to him and they asked him let me just read it to you he was a missionary in Africa many years ago and this deadly plague broke out hundreds died he cared for the sick buried the dead and of course he was praying for the sick and of course he was praying for the sick people were getting healed but there was a British the British sent a ship with a whole group of supplies and doctors so out of England came a good thing also aus England kam was Gutes hervor super Nigel maybe Nigel was there I don't know but the doctors asked John G. Lake aber die Ärzte fragten John G. Lake was hast du denn gemacht oder benutzt dass du beschützt geblieben bist warum bist du niemals krank geworden lest mal diesen Vers seid ihr bereit lasst es uns zusammen lesen Martin you read it in German you all read it in German Romans 8 Vers 2 denn das das Gesetz denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes oh read it again wir lesen es nochmal denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes oh read it again ich lese es nochmal denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes wow habt ihr es bemerkt jedes mal wenn man es liest kann man spüren wie es sich aufbaut dieser Vers war seine Antwort die er den Ärzten gab denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus in Christus Jesus in Christ 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 Jesus has made me free hat mich freigemacht er ging mittendrin umher in dieser Plage und hat genau das ausgesprochen denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz des Sünde und des Todes und ich bin unantastbar ich bin geheilt das war seine Antwort und er sagte und jetzt beweise ich es euch er sagte nehmt von dieser Plage holt die Viren und gebt sie mir in die Hand und er sagte schaut euch dann das an was passiert unter dem Mikroskop wow wow Lake replied I believe the law the spirit of life and Christ Jesus has made me free from the law sin and death and as long as I walk in the light of the law of life no germ will attach itself to me genau das war die Antwort von John Gillake an diese Ärzteschaft er sagte denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz des Sünde und des Todes und solange ich in diesem Licht dieses Lebensgesetzes in Christus wandle bin ich unantastbar und keine Plage nähert sich mir und hört euch das jetzt an und jetzt hört euch an was die Ärzte sagten und versteht ihr er ging nicht einfach dorthin und hat dort dann angefangen mal darüber nachzumeditieren sondern die ganze Sache war schon voll in ihm drin also seid nicht blöd ihr wollt das zuerst in euch reinkriegen wo der Glaube wirklich wächst und als er dann dort war war er auch fähig da wirklich durchzugehen die Ärzte sagten denkst du nicht dass du ein paar unserer Vorbeugemaßnahmen annehmen solltest was ja okay wäre es gibt Leute die das wirklich machen müssen und wir treten Medizin ja nicht nieder wenn du Medizin nimmst dann nimm sie und erklär weiterhin dieser Sache dass sie aus dir verschwinden muss und nimm du die Medizin bis du die Manifestation hast und sorgst du dafür dass du wirklich Gottes Wort in dich aufnimmst denn das ist die echte und erste Medizin und stehe und diese Medizin wird dann den ganzen anderen Müll rauswerfen steht ihr das aber John G. Lake war schon richtig aufgebaut und wir alle wachsen wir alle stehen an verschiedenen Levels Halleluja Halleluja ich kann euch persönlich sagen ich bin jetzt seit vielen Jahren immer wieder in Afrika ich habe kein einziges Mal eine Malaria Tablette genommen aber das bin halt ich ich bin einmal attackiert worden aber Martin wird es euch bezeigen können innerhalb von 20 Minuten habe ich meine Heilungsmanifestation gehabt aber wenn ich Leute mit mir nehme dann sage ich ihnen nicht dass sie das nicht so machen sollen dass sie das so machen sollen wie ich das bin halt ich sie sollen machen so wie sie stehen ich habe Moskitos Spray dabei um die Viecher fernzuhalten ich bin von Moskitos schon gebissen worden aber dank sei Gott wenn ich wohin gehe komme ich auch wieder zurück das bin ich und das war John G. Lake das wichtige dabei ist dass wir alle wachsen und du kannst den Punkt erreichen wo du nie wieder einen Arzt brauchst wirklich nun wir danken Gott für Ärzte und wir haben auch Ärzte die Teil dieses Dienstes sind wir sind dankbar darüber und wir haben auch Ärzte gehabt die in diesem Dienst geheilt wurden und wir danken Gott dafür Amen also John G. Lake antwortete Nein ich denke ihr würdet es lieben ein Experiment mit mir zu machen geht mal zu einem der toten Leute und nehmt etwas von dem Schaum der aus den Lungen austritt nachdem sie gestorben sind und nehmt das und bringt es unter das Mikroskop und das nachdem sie das Zeug ihm auf die Hand legten er sagte zunächst einmal beobachtet das Ganze unter dem Mikroskop und erkennt dass das alles voll lebendig ist und am werkeln ist und dann sagte er dann sagte er legt all das mir auf die Hand und dann schaut euch es nochmal an unter dem Mikroskop als sie es dann anschauten war alles tot und ich habe gepredigt in Heilungsgottesdiensten in Spokane im Staat Washington was ein Ort war der bekannt war ein Heilungshaus zu sein und dort habe ich gepredigt mit Leuten die unter John G. Lake schon aktiv waren in Spokane im Staat Washington war so eine Bewegung Gottes zur Zeit John G. Lakes dass sie das Krankenhaus leer räumten oh mein Gott komm schon das ist es was in uns ist das ist die Fähigkeit die wir in uns tragen okay nun ich kann mir könnte mir noch sehr viel mehr Zeit nehmen euch weiteres zu geben aber ich werde hochladen all diese 140 Schriftstellen also die Schrift also die Querverweise der Schriftstellen ich werde euch eine PDF mit einer Bildung von all den Schriftstellen ich werde euch eine PDF zuschicken mit dem Bild all dieser Schrift Querverweise und ihr wisst genau was das dann sein wird und ihr könnt sie dann alle nachladen also für die nächsten zwei Wochen habt ihr einen Auftrag und wenn ich zurück sein werde werden wir ein paar Zeugnisse zusammenbringen das wird richtig kraftvoll werden Amen habt ihr heute was gelernt seid ihr ermutigt worden lasst uns hingehen und der Welt von Jesus erzählen lasst uns hingehen und diese Woche Menschen zur Errettung führen Amen Halleluja Vater wir danken dir heute für dein wunderbares Wort Halleluja und lasst mich noch was sagen über Pino er ist nach Italien abgereist und er wird dort ungefähr einen Monat sein oder mehr als einen Monat sein dort hat Gott ihm ein paar Türen geöffnet also haben wir gestern für ihn gebetet und haben ihn losgesandt Amen dort geschehen gewaltige Dinge und wir glauben auch daran dass wir eines Tages auch was in Italien machen werden Halleluja Gemeinde lasst uns vorwärts gehen Halleluja Vater wir danken dir heute für dein Wort und für die Art und Weise wie du dich bewegt hast wie du ermutigt hast und wir danken dir für diese Schriftstellen dein Wort dein Testament das uns zeigt wer wir sind Halleluja und wir danken dir Herr wir sind befreit von dieser Maske und der ganzen Plage all das verlässt diese Nation und wir erklären dir du kannst nicht hier in Fürth Deutschland bleiben du kannst nicht in Nürnberg bleiben in dem Namen Jesus und alles was sich in der Finsternis bewegt das wird durchs Licht entlarvt und abgeschnitten Menschenmengen errettet so wie die Gemeinde vorwärts geht und das glauben wir Halleluja Halleluja Danke Vater Danke Vater Danke Vater Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast dann möchte ich dass du jetzt mit mir betest damit du den Herrn Jesus in deinem Leben annimmst ich werde dich in ein ganz einfaches Gebet leiten und so wirst du wirklich zu einem Christ du glaubst das was Jesus für dich getan hat er starb für deine Sünde also bete folgendes mit mir Jesus ich glaube an dich Jesus ich glaube an dich ich glaube dass du für mich gestorben bist ich glaube dass du für mich gestorben bist du hast meine Sünde am Kreuz auf dich genommen du hast meine Sünde am Kreuz auf dich genommen und Jesus du bist in die Hölle gegangen Jesus du bist in die Hölle gegangen Jesus, du bist aus den Toten auferstanden. Und ich bekenne dich jetzt. Und ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn. Als meinen Retter. Amen! Wenn du das gebetet hast. Zum allerersten Mal.